Wer macht monatlich 10k? Jasper Wer ist im Büro der Star? Jasper Unterwegs im GLK Jasper Großklug, Arisch und Stark Jasper Wer hat ne super süße Freundin? Jasper Die ihn mag, weil er so treu ist Jasper Ahmad Mohamed Nassib Bastard Alles Gute zum Geburtstag Jasper Ballert jeden Tag die Beans Immer 10g in der Picardie Jeans Jeden Tag checkt der Rap-Update Skil in den anderen, sagt du Big Mac, nee Intermittent Fasting 48 hours Wenn dein Gym verpasst, dann wird er sauer Strahlt irgendwann um 12 ins Büro Barscht ein Mütz auf den Kopf und auf den Arm, Hüblo Am Anfang fand ich ihn schon doof Hab ich kennengelernt und jetzt bin ich froh No Homo, doch ich mag dich Bro Bitte bleib für immer so Außer vielleicht mit ein paar mehr Gangs Shredded to the bone und Playboy Babes Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal